So sieht es jetzt aus im Juni. Die Müssepflanzen haben sich wunderbar entwickelt. Auch die Blumen. Paprika. Die Müssepflanzen haben sich wunderbar entwickelt. Die Blumen. Paprika. Sellerie. Salat. Das ist eine ganz tolle Sorte. Mit dieser bin ich wirklich zufrieden. Die Stängeln praktisch nicht auf. Die Stängeln ist auch zum Rüsten sehr angenehm. Man hat weniger die Verbrennungen wie beim Kopfsalat. Auf der Aussennahmung ja die Blätter dann so braun werden. Also da bin ich wirklich begeistert davon. Und es ist auch wunderbar zum Essen. Und da geht es. Es hat ja wirklich sehr viel geregnet. Ein bisschen sieht man es am Salat da. Der Regen ist stark drüber. Aber letztlich hat es hier ein bisschen die Blätter beschädigt. Aber im Grossen und Ganzen ist da nicht gross ein Schaden entstanden. Die Freelandgurken. Die Eien auch wunderbar wachsen da rauf und rauf. Und schon bald oben beim Dach an muss ich sie dann ein bisschen umlenken. Ich mache die hier manchmal am Maschendraht fest. Mit diesen Klemmern. Und selber machen sie dann auch noch die Ranken, die sie sich festheben. Und auch viele Seitentriebe. Man sieht jetzt zum Beispiel da. Da geht ja auch schon ein Seitentriebe weg. Wo dann auch wieder Früchte dran wachsen. Und so hat man mit einer oder zwei Gurkenpflanzen hat man meistens schon für den Eigenbedarf wirklich genug. Und das ist die erste Gurkenernte dieses Jahr. Und das ist die andere Sorten. Die sind ein bisschen haariger und kleiner. Das ist ein Feuersalbei. Das ist auch eine Blume, die dann so eine rote Blüte macht. Und da ist eine von den Melonen. Das sind so kleine Wassermelonen, die Sugar Babe. Die hat da zwar ein wenig gelitten. Weil die Schnecken haben sich da ein wenig an der Treibspitze gewütlich getan. Aber die wird da sicher auch noch wieder neue Seitentriebe machen. Das ist eine Zwergkiwi, die ich geschenkt bekommen habe. Die klettern ja auch gerne. Und dann ziehe ich hier auch an den Ecken hoch. Und jetzt hier auch schon so kleine Früchte dran. Ich kenne die Pflanzen jetzt nicht. Also das ist das erste Mal, dass ich die habe. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Die ganze Wurfenblüten und Bienden sind jetzt bei dem schönen Wetter. Auch wieder da. Ganz verschiedene Insekten sind da fleissig am Bestäuben. Das ist so der Teil, wo ich alles ein wenig in den Steinen habe. Und keine Lemerden drin, sondern es ist alles Komposterden. Mit dieser habe ich generell gute Erfahrungen gemacht über die Jahre. Tomatenpflanzen, wo ich hier auch eine hochziehen muss. Auch schön kräftig. Ja, so sieht das ein wenig aus. Und das Schöne ist auch an diesen Steinen. Man denkt vielleicht im ersten Moment, ja, da ist ja nicht viel Platz drin. Aber man kann also gut drei bis vier Pflanzen, kann man in so einem Stein, der hat 40 auf 40, setzen. Und wenn man ja dann etwas abgeerntet hat. Wie hier, den Kopfsalaten gibt es dann wieder Platz. Da kann man etwas Kleineres, ein Blumen oder was man dann halt noch hat, das Gemüse, vielleicht noch Kohlenräbeli oder Sellerie oder dann neue Salatpflanzen ein wenig später. kann man dann einfach wieder zusetzen. Und so ist auch die Oberfläche von diesen Teilen ein wenig schattiert. Die Sonne kann dann nicht direkt auf die Erde scheinen und so auch das Wasser ein wenig besser speichern. Da sind noch Reservenpflanzen, Tomaten. Da habe ich jetzt auch immer etwas verschenkt. Vieles, was ich gemacht habe, habe ich verteilt, weil für mich selber ist es zu viel. Und andere, die vielleicht kein Gewächshaus haben, sind dann auch noch froh, wenn sie ein wenig Jungpflanzen bekommen. Hier habe ich auch noch Blumen. Hier sind noch Paprikapflänzli. Hier sind noch Oberscheinen. Man denkt von diesen kleinen Pflänzli, die anfangs März aussehen. Die sind wunderschön gewachsen. Hier sieht man auch einen schönen Wurzelballen. Den kann man also jederzeit auspflanzen im Garten. Die hat dann gute Möglichkeit, sich gerade wieder zu akklimatisieren und gerade weiter Wurzeln auszutreiben. So ein kräftiger Wurzelballen ist schon von Vorteil. Wie wenn man jetzt zum Beispiel Pflänzli nimmt, die nicht getopft worden sind. Die haben dann schon ein wenig mehr Mühe zum Anwachsen. Vor allem im Sommer. Da kommt es dann halt schon meistens zu einem Vertrocknen, wenn man nicht regelmässig Wasser geben tut. Und das System ist gar nicht mal so schlecht. Für kleine Gärten kann man sich so immer ein wenig Reservenpflanzen ziehen oder zum Nachfüllen. Und immer wenn man abgeerntet hat, entsteht ja wieder Platz. Und dann kann man das so wieder ausnutzen. Da braucht man gar nicht so grosse Flächen. Auch hier hinten ist ein kleiner Teil mit diesen Steinen. Und das wachselt also wirklich alles wunderbar da drin. Und da ist noch Weisskohl. Kohlenräbli. Das sind jetzt Salatsorten, die jetzt natürlich in die Blüte gehen. Auch der letztjährige Salat, die kleinen. Das sind jetzt die, die am frühesten anfangen zu blühen. Natürlich die schönen Zinien. Ich finde das so eine tolle Blume. Gibt es in allen Farben. Ich habe mich dieses Jahr dafür das Lila entschieden. Hier ist auch wieder eine Oberscheine. Vollräbli. Und da hinten auch wieder so eine Zwergwassermelone. Die kann sich dann auch schön festheben an dem Maschen-Drahtzaun. Und da hinten ist noch ein Zierkürbis. Hier schön aufgewachsen. Mal schauen, was er dann für die Kürbisse macht. Ob die so rauskommen, wie es auf dem Päckchen abbilden kann. Das ist die grosse Garteninsel. Hier bin ich mit dem gleichen System dran. Also keine Lehm-Erde drin. Da ist überall Kompost-Erde drin. Zierkürbis. Ich habe da schon eine kleine Frucht ausgebildet. Weisbergsalat. Verschiedene Salote. Die Paprika haben ein wenig gelitten. Jetzt sind wir Schnecken dran gegangen. Und halt ein wenig zu viel Wasser. Aber die heisse Jahreszeit steht ja erst noch bevor. Also es ist kein Vergleich zum letzten Jahr. Wenn man das Video anschaut mit dem Dürresommer 2022. Also da haben wir im Juni im Grunde schon aufgehört Wasser geben. Es ist alles vertrocknet. Und die Flohkäfer haben sich an allem gütlich da. Bis jetzt haben wir wirklich Glück gehabt. Da hat es noch noch Blauch drin. Das ist schon mal ein kleiner Teil hier aus dem Bett. Ein paar Knoblauche. Und die sind wirklich schön geworden. Und es hat auch gerade in der Haufe Platz gegeben. Für andere Sachen. Da hat sich eine Kamille versamt. Die lasse ich jetzt hier noch etwas stehen. Aber ich werde sie wahrscheinlich da nicht versammeln lassen. Sonst habe ich dann den ganzen Garten voll mit dem. Da gibt es auch noch ein wenig Eisberg. Auch wieder verschiedene Soläte. Da sind zum Teil auch noch Letztjährige dabei. die überwintert haben. Und das sind jetzt die, die natürlich hier schon in die Blüte gehen. Rote Beete. Die sind richtig explodiert. Das sieht man auch schon schön. Wie sind hier die Knollen ausgebildet. Das ist immer ganzes Tolles Gemüse. Das ist ein bisschen schattiger Teil. Das ist auch gut geeignet für Kohl. Und auch hierhin hat es noch ein paar Reservepflanzen. Das ist jetzt zum Beispiel auch Sellerie. Das habe ich getopft. Und der ist praktisch gleich gross wie der, der schon ausgepflanzt ist. Und auch hier sieht man wieder einen wunderschönen Wurzelballen. Den kann ich auch jederzeit immer noch in den Garten tun. Also richtig auspflanzen. Und hier auch wieder in den Stein rein. Ein bisschen Zierkürbis. Sugetti. Tomaten. Die ziehe ich hier dann an mich an die Schnüre hoch. Das ist hier oben so ein Gestänge mit Schnür. Und da kann ich hier, da habe ich alles was Halt braucht, könnte ich hier hochziehen. Auch hier Gurken, Tomaten, Kürbis, Melonen. Das hat sich also noch sehr bewährt. Vor dem Haus habe ich auch noch so Topfpflanzen, die nach dem gleichen System hochziehen. Das kann man also auch wunderbar machen, wenn man irgendjemand möchte, eine Pflanze herstellen. Einfach eine Möglichkeit, an einer Schnur aufzuwachsen. Dann hier hinten der Chaosgarten. Das ist ja praktisch nur Lehmboden. Dahinter steht noch etwas Knoblauch. Ein Faghetti ist auch noch ausgepflanzt. Aber das ist jetzt richtig alles nass. Also da kann ich jetzt gar nicht rein. Also im umgarischen Lehmboden zu kultivieren, ist eine Herausforderung für sich. Wenn man keine Bodenfräse hat und das jedes Jahr immer regelmässig die Erde bearbeitet tut mit den Bodenfräsen, dann ist das also sehr ein grosser Arbeitsaufwand. Weil da hat man sehr viele Unkräuter drin. Kein Vergleich zu den Kompostärden in den Steinen. Das macht richtig Freude. Da hat man mal da und dort ein Hundkräuter, das man zupfen muss. Aber die Erde ist immer locker, krümelig, saugen das Wasser gut auf. Und das Ergebnis lässt sich auch sehen. Wenn man nicht Steine kultivieren möchte, gibt es ja auch die Möglichkeit mit diesen Kisten. Das haben wir vor vielen Jahren gekauft. Und da ein grosses Beet angelegt. Und das hat sich hervorragend bewährt. So wenn die auch nicht ganz günstig sind, die Kisten. Wir haben also bereits im ersten Jahr so viel geerntet, daraus heraus, dass sich die schon bezahlt haben. Auch da der Knoblauch fühlt sich wohl. Rüebeli, die ich Anfang März ausgesät habe. Anfang März. Mal schauen, wie gross die schon sind. Wahrscheinlich noch klein. Doch schon. Das sind schöne kleine Rüebeli. Das ist der Nüsslisalat. Der geht jetzt in die Blüte. So sieht das aus. Dann könnte man sich jetzt wieder selber versamen lassen. Man kann ihn aber auch relativ weit unten abschneiden. Die Blätter sind alle noch gut zum Essen. Ein sehr gutes Aroma. Das ist dann halt zum Rüsten ein wenig mehr Aufwand. Und er wächst dann sogar nachher. Da habe ich extra so ein paar von den Erlast anlassen, die ich einfach nur oben abgeschnitten habe. Dann hat es hier wieder kleine gegeben. Das sind die Rüebeli vom letzten Jahr. Und die gehen jetzt in die Blüte. So sieht das aus. Frühlingszwiebeln vom letzten Jahr. Die haben hier überwintert. Und da sieht man jetzt auch, wie die schön die Zwiebelchen ausbilden. Und die sind also auch ganz hervorragend. So mein Salat in eine Schnätzle. Sehr intensiv. Also die haben Power, die kleinen Dinger. Ohne Tränen geht da meistens nichts beim Schneiden. Und da ist auch noch einiger Weisskohl. Der wird jetzt dann im Juni einen Kopf ausbilden. Und da wachsen. Am Anfang wachsen ja einfach die grossen Blätter. Aussen. Und dann plötzlich sieht man, wie er sich da rein. Wie er da dann immer mehr Energie in die Mitte steckt. und dann da den Kopf macht. Beim Weisskohl Und da nehme ich dann zum Beispiel einfach die Blätter, die dreckig sind oder kaputt sind durch den Regen. Oder auch vielleicht, wenn da mal ein wenig Schnecken dran geht. Dann nehme ich die einfach weg. Weil über das Blatt kann die Pflanzen gar keine Energie mehr produzieren. Und das bringt nichts. Also man entlastet die Pflanzen. Indem man da die untersten Blätter immer weg nimmt. Also auch zum Beispiel dort, wo sie sich selber beschattet. Da sieht man es jetzt zum Beispiel gut. Das Blatt. Das Blatt wird beschattet. Und bringt eigentlich für die Energieproduktion gar nichts. Es braucht aber trotzdem Wasser. Und darum kann man das wegnehmen. Das sind auch noch Paprika in der Mitte. Das sind jetzt solche, die ich ausgesetzt habe direkt in den Garten. Die haben sehr lange gebraucht zum Anwachsen. Sind also auch nicht so gross wie die Topfete. Aber jetzt denkt es mir wir machen es auch schon rechte Fortschritte. So sieht das Haus da. In der grossen Garteninsel. Und da vor dem Haus sind jetzt eben noch die anderen Topf. auch noch Gurken. Das ist einfach so eine Eisenstange. Da die am Zaun befestigt ist. Und oben rein sind Bügel von alten Kesseln. Die haben wir dann behaltet. Und dann da so oben rein gesteckt. Und da kann man jetzt dann wunderbar die Schnüre aufhängen. Das System funktioniert so, wenn man einen Topf hat, dass man unten eine Halteschnur macht. Also die ist da am Topf befestigt. Und die Schnur, wo dann die Pflanze drauf wächst, die wird an dieser Halteschnur befestigt. Möglichst nahe an der Pflanze. Dann kann man die hier so hochziehen. Einfach immer umwickeln. Einfach so, immer drum herum. Und dann kann sich die Pflanze mit dem gesamten Gewicht, wenn dann die schweren Gurken dran hängen, kann sich da richtig in die Schnur rein legen. Also der Wind kann da gar keinen Schaden mehr anrichten. Weil die hat richtig Halt. Kann da hochwachsen. Den Zeitentrieb kann man dann genau gleich hochziehen. Da mache ich das noch mit den Tomaten. Und hier auch noch Gurken. Es ist also auch eine Möglichkeit, wenn man auf ganz kleiner Fläche vertikal das Gemüse nach hochwachsen lassen kann und so sehr wenig Platz braucht. Das war eigentlich der Gartenrundgang im Juni. Ich hoffe, bei euch wächst auch alles, wenn ihr einen Garten habt. Haben alle einen grünen Daumen. Ja.